Bisher bei Resident Evil Revelations. Das ist der Diabis-Virus. Wir können damit ein Fünftesfass aus der Erde infizieren. Verdammte Terroristen! Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terragritia wissen. Und sie wollen Rache. Raymond! Die Leiche, die du vorhin gesehen hast. Schicken Sie ein Team zum Balkon Mocky-Flugkörfer. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ich schicke Quint und Keith. Oh, ich hasse Schnee. Dann frag lieber deine warmen Schliff mal ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Okay, ich weiß jetzt, was los ist. Der Chipschlüssel, den ihr gefunden habt, gehört vermutlich zum abgestürzten Frachter. Was? Haben Sie was von Jill und Parker gehört? Nein, noch nicht. Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Das klingt gar nicht gut. Sind die beiden denn okay? Ja, ich hoffe es. Wir haben schon so lange keinen Kontakt mehr zu Ihnen gehabt, dass ich mir langsam Sorgen mache. Sucht ein Terminal am Absturzort. Und findet alles über Veltros Pläne raus. Der Absturzort ist da drüben. Na los. Brinder, wäre es nicht toll, wenn wir den Schlüssel zu dieser ganzen Sache finden könnten? Ziemlich hell für diese Uhrzeit. Deshalb heißt es wohl auch Mitternachtssonne. So was gibt's? Mitternachtssonne? Ich wusste, dass so was passieren würde. Natürlich. Und wo seid ihr? Das ist immer so gemein, diese Wölfe. Kann man nicht anvisieren. Die sind immer so willkürlich unterwegs. So, jetzt haben wir sie, die ersten, mit dem Wölfe erledigt. Und weiter jetzt. Im Schnee. Oha. Und ich schieße auch noch daneben. Och, nö. Lässt der mich einfach... Lässt der mich allein nach... Lässt der mich alleine und ich weiß nicht mal, wie man nachlädt. Das ist so scheinbar. Ich darf doch einmal nicht daneben schießen. Und wo bist du? Und wo bist du? Nafelan. Und der läuft auch perfekt um mich herum. Das nenne ich schön. Das finde ich richtig feige. Zack, stirb. So. Die dürfte nicht mehr aufstehen. Na los Grinder, was machst du denn? Was ich mache? Die Wilder schießen. Was ist denn los? Da war was. Mich hat was getroffen. Was? Da, ich wurde geschlagen. Das war der unsichtbare Mann. Ich schwöre es dir. Kann ich. Ein Hunter. Er ist verschwunden. Jetzt weiß ich, was auf dem Bellen gesehen war. Das war ein Geist. Eine neue Hunter Art. Unsichtbarkeit. Ich kann dich trotzdem erschießen, auch wenn ich dich nicht sehe. Hier. Und schau. Bleiben noch? Keine Ahnung. Man sieht sie ja nicht. Das nervt echt. Die bleiben aber für eine kurze Zeit sichtbar. Ansonsten ballere ich einfach in die Luft. Da siehst du. Die Luft blutet nämlich. Nachladen bitte. Achso. Zweimal Y drücken zum Nachladen. Ich habe es kapiert. Ach Mann. Zack, zack. Schießt dann einfach mal in die Luft. Ich habe keine Munition mehr. Super. Nicht hier Munition. Das nervt total. Pistolen Munition. Schön. Man muss das Gewehr wechseln. Und wo sind die? Gehen jemanden. Da hinten ist was. Zack. Und da ist jemand. Zack. Jetzt. Stirb. Sind sie tot? Nein sind sie nicht. Da sind sie. Zack. Cool. Hab ich eben gerade mit einem Schuss zwei getroffen. Aber jetzt. Denk ich auch. Aufbiegen. Wir sind da. Typ Schlüsse verwendet. Okay. Hier scheint alles zu funktionieren. Hey Quint. Mach deinen Job. Keine Gesprächsprotokolle. Ich versuche mal was anderes. Nur zu. Du bist gut mit Technik. Mit Frauen allerdings. Naja. Grinder. Was ist denn jetzt los? Wir müssen sofort das HQ kontaktieren. Das HQ? Hier ist O'Brien. Was? Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Gute Arbeit. Das klingt wie Musik in meinem Haus. Das ist schön. Sehr clever. Wie du die Daten beschafft hast. Naja. Ich hätte auch die Fahrzeit der letzten Route berechnen können. Aber das hätte zu lange gedauert. Deswegen sagte ich ja. Sehr clever. Du verstehst nicht. Ich habe überhaupt nichts berechnet. Wir sind nicht die einzigen, die dieses Schiff suchen. Moment. Wovon redest du? Meinst du etwa Veltro ist aus dem Versteck geflogen? Und jetzt suchen sie ihr eigenes Schiff? Genau das meine ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Informationen echt sind oder nicht. Na toll. Wir haben also keinen blassen Schimmer, mit dem wir es zu tun haben. Ganz genau. Und dieses Puzzleteil müssen wir unbedingt finden. Und das Ende des Spiels? Nein. Glaube ich nicht. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Direkt in den Tiefen der Hölle. Es ist ein Chipschlüssel. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachtes kommen. Was zum? Was war das? Haben Sie was von Jill und Marker gehört? Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Das ist gar nicht so weit. Hier Chris. Ich habe die Koordinaten. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt. Brian. Wir sind unterwegs. Sistele jetzt noch in Episode 6. Katz und Maus. Wo könnten Sie sein? Überall. Lass uns anfangen. Oha. Wer bin ich jetzt? Chris etwa? Wie sollen wir sie finden? Gute Frage. Wir müssen überall suchen. Klasse. Jill und Marker suchen. Ja. Ich weiß wo die sind. Maschinenraum. Und dann suchen wir mal die beiden. Die da bekanntlich gerade immer trinken sind. Ist auf jeden Fall schön auf dieses Schiff drauf zu gehen. Ich begebe mich freiwillig da rein. Und gerade. Ich glaube es selbst nicht. Wieso sollte man da rein gehen? Wieso sollte man da rein gehen? Jill und Marker sind da rein gegangen und sind nie wieder raus gekommen. Und natürlich muss Chris. Und dann natürlich auch rein. Na hervorragend. Wenigstens kenne ich mich jetzt aus. Ah. Ach ja. Bekannte Gegenden. Diese Mutation ist neu. Es ist ein neuer Virus. Wenigstens finde ich mich jetzt hier zurecht. Kenne ich doch mittlerweile wie meine eigene Westentasche. Ja. Vor allem hier. Hier haben wir auch schon Lieben. Hier haben wir auch schon Leben gelassen und Leben genommen. Leben nehmen und Leben lassen. Und jetzt haben wir hier auch schon alles erlebt. Tja. Und soviel auf einmal. Ich muss nochmal nachladen. Und gut das während des Angriffs einzusetzen. Ok. Massive Patronenverschwendung. Mehr Pistolenmunition. Finde ich schön. Das hat mir am Anfang geholfen. Aber jetzt brauche ich die Maschinengewehrmunition. Hier ist es wirklich extrem voll. Von Monstern. Oha. Achso. Da kommt noch einer. Ja. Guten Tag. So. Weiter geht's. Hier war Mayday drin. Und den Nachrichtenoffizier. Merztag. Impulsgranate. So. Das war auch ein hübscher Kampf. Hier dürfen wir uns jetzt wieder dran erinnern. Ich habe gerade ein bisschen ein Déjà-vu. Hier komme ich nicht durch. Schön schön. Oder auch eben nicht schön. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss wechseln. Zack. Ich habe einen Monster versperrenden Weg. Ja. Ich mache ja schon. Aber es sind so viele. Hier. Und das ist diese Einschusswaffe. Oder zumindest Zweischusswaffe. Wenn man mal trifft. Der Nebenschießen ist auch nicht so praktisch. So hier runter würde ich sagen. Achja. Das war das Ding wo ich mich tausend Male verirrt habe. Da wollen wir ja nicht lang. Da sind wir gerade gekommen. Aber warte mal. Wieso. Wir sind doch. Wie seltsam. Wir sind doch mit Jill da hochgegangen. Da ging es raus. Hm. Wir kamen da aber nicht raus. Seltsamer. Seltsamer geht es nicht. Aber Hauptsache wir kommen da rein. Und sie kamen nicht raus. Macht Sinn. Okay. Pistolen Munition habe ich hier noch. Aber ich will keine Pistolen Munition. Das ist so mühsam mit der Pistole. Einzelschuss. Ich hoffe nur Jill und Parker sind okay. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Achja. Kommen wir in den Luxusbereich. Und das wird sie doch freuen oder? Ja. Irgendwie Ganadebalken. In den Balken ist es nicht. Aber alles kriegen. Und natürlich Munition verschwenden. Ich habe da ne Idee. Wenn ich mir das Schiff so ansehe, scheint der Motor Probleme zu machen. Ich habe mich da doch zigmal im letzten Part verirrt. Das könnte sein. Los. Wir gehen runter. Ja. Funktioniert nicht. Kenne ich irgendwo her. Casino. Ja. Das war richtig. Ich glaube das war richtig. Dann müssen wir das ganze Labyrinth dort unten nochmal durchlaufen. Ich habe mich da doch zigmal im letzten Part verirrt. Ich nehme das Casino. Hoffentlich das Rätsel nicht nochmal lösen. Die 107 Münzen. Och. Nö. Da habe ich mich erschreckt. Ich dachte das Casino Schild ist im Kopf. Da steht jemand vor der Tür. So. Lässt sich nicht öffnen. Natürlich. Natürlich. Lassen wir uns hier erstmal Münzen ergattern. Ich glaube das da was drin ist. Wäre ja auch zu los. Ich habe Bummer standen hier gegen die Türen. Gib nicht so an. Schieß einfach. Oh. Bitte. Bleib wo du bist. Wo sind die Hackfresser. Ich sehe nichts. Ich sehe keine. Ich sehe keine Angreifer. Ach da sind sie. Da. Ach. Nachrichten Offizier. Schön dich wieder zu treffen. Dachchen. Freut mich. Mein Name ist. Punker. Ne. Punker bin ich nicht. Namen merken. Bosskämpfer. Auf einmal. Oder was. Kommt die. Schieß einfach. Von woher kommen die. Schieß einfach. Von dort. Was. Zwei von der Sorte. Oder was. Zieh mich mal zurück. Nein. 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 DRAM. OP Gegner. Jetzt wieder von den Toten. Erstanden. Scheiße, ich darf mich von dieser Säge nicht erwischen lassen, dann bin ich... Am Arsch, Am Arsch, Am Arsch! Nein, 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 nein! Sackgasse, Sackgasse! Ja komm, mach's kaputt! Das macht mich kaputt. Wie habe ich denn eine Chance gegen den? Pistolenmunition. Danke für die Pistolenmunition. Ich darf die Einzelschüsse machen. Ah, der erste fällt. Aus der Ferne schießen. Verrrecke, du Bestie. Nein, sie sind dort geblieben. Alter Schwede. Ohne explodierende Fässer dauert es das dann doch etwas länger. Ohne explodierende Fässer dauert es das dann doch etwas länger. Drehtsack. Schön, schön. Hat er nicht was fallen lassen? Ja, habe ich nie nachgeguckt. Oh, scheiße. Ja, das hätte ich gehabt. Ein Drehtsack-Schlüssel. Gut, dass ich weiß, wie man dieser Bomben wirft. Zack. Zusammenöffne dich. Und runter geht's. Ach, die edle Version von... Im Gang. Was ist denn das? Ein riesen Arsch. Ich weiß nicht. Hm. Überall diese Viecher. Diese... Drecksviecher. Der kann ja auch noch schießen. Vorsichtig. Schießt er seinen Arm ab. Und was bist du? Neues. Explodierst sie einfach. Och, nö. Von oben. Bitter. Schönen Munition verballern. Da hoch. Hauptsache, haben wir die Sonne verballern. Ach, nö. Wieder einer von ihnen. Arschbombern. Nennen die jetzt mal Arschbomber. So sehen die aus. Oh, hier waren wir auch schon. Hübsch. Der fahrstuhl nach unten. Oder die Tür hier. Jo. Der Aufzug ist kaputt. Okay, dann müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Das war doch der Aufzug runter zu der... ...zure Rachel. Von der Rachel. Wie sie gespült wird. Denn das war ja mal ein Spaß. Hoffentlich. Hoffentlich müssen wir das nicht normal erleben. Und du so. Zack. Gehts nach unten. Ah, diesmal müssen wir den Schlüssel nicht von Rachel holen. Ach du, der Zeitdurchgang im Kellerraum. Hörter. Ist da jemand? Irgendjemand? Ich werd alles tun. Für immer. Nicht aufgeben, Parker. Es muss einen Weg geben. Ja. Er trinken macht nicht so viel Spaß. Aber wir sind, wir eilen zur Hilfe. Und so müssen wir längst. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer sein würde, sie zu retten. Dafür muss Parker ein richtig ordentliches Essen springen lassen. Lässt sich nicht öffnen. Okay. Und die Waldwonders durch. Nicht? Die Waldwonders durch. So. Ist doch nicht schwer, die zu finden. Hier kommen bloß jetzt wieder diese Piranha Viecher. Können wir wieder Geld sammeln. 10 Cent pro Angriff. 1,90 haben wir schon zusammen. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr. Achtung. 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 Gar nicht die Dinger, sondern. Jetzt durch, die Viecher. Extodierst du? Yay. Extodierst auf? Super. Alter Schwede. Das waren ja mal Menschen, oder? Ich fühl's natürlich alles trocken. Ja. Wie viele Schüsse braucht der. Um zu sterben. Sehr viele. Das ist auch irgendwie unrealistisch hier. Das ist ein Zombie. Fünf Schüsse braucht der, um zu sterben. Und dass ich so eine Attacke überlebe. Das macht das schon irgendwie unrealistisch. Zack. Ja. Dann bringen wir uns alle um. Das macht das ein. Na toll. Irgendwo eine Heilpflanze. Nein. Nur noch mehr Zombies. Ja. Lass mich in Fäden. Och ne. Hier wimmelt's nur noch von diesen Dingern. Ich kämpfe mir den Weg frei. Ich könnte alternativ auch dabei schärmen, aber... Wer weiß. Munition habe ich keine mehr. Und das ist schonmal gut. Hier sind auch keine Heilpflanzen. Ich will mal weiter. Vielleicht kommen wir ja noch an. Bevor wir von den Monstern erschossen. Oder gerangsaliert werden. Lässt sich nicht öffnen. Das ist schön. So muss das doch. Ähm. Ja. Das sieht nach tot aus. Danke schön. Und der Besatz zupressen. Ihr wollt was zupressen. Ihr wollt was zu fressen. Fress gleich. Und winden sich am Boden hier. Nicht mich. Die kriegt mich nicht zu essen. Das ist der Maschinenraum. Heute nicht. Da ist das nicht. Da sind wir. Niemand zu Hause. Und so sieht es aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017